Über Lukas Radecki kann man ja sagen, was man will, aber… Der ist ein supercooler Typ. Los! Mein Vorname rückwärts lautet… Chakul. Wenn ich an mein erstes Pflichtspiel bei Bayern 04 zurückdenke, dann… Da haben die mir meine Ohren hingeschossen. Ich glaube, wir haben gegen Bayern 3-1 verloren. Das war mein erstes Spiel für Bayern, ja. Mein bislang bestes Spiel für Leverkusen war… Davon gab es zu viele Halle. Lasst uns mal gegen Atletico zu Hause sagen. In die Sauna zu gehen bedeutet… Entspannung, sozial ein bisschen über wichtigere Sachen zu reden und einfach ein Raum, wo man sich selber sein kann. Das Beste in Finnland… Natur, Kumpels, Familie… Viele gute Sachen, aber wahrscheinlich die Natur ist meine ganz Lieblingssache da. Mein bislang verrücktester Teamkollege war… Timothee Chandler in Eintracht Frankfurt. Warum? Der war konstant auf dem… Ich habe ihn nie leise gehört. Immer Spätschen gemacht. Super Typ, aber auch verrückt. Der beste Fußballer, mit dem ich je zusammengespielt habe, war… Kais ist auf jeden Fall in der Nähe, aber lass mich ein Unbekannterer sagen, von der finnischen Nationalmannschaft. Roman Jeremenko. Ich kenne nicht viel, aber richtig guter Spieler. Mein liebstes Wetter für Fußball ist… 20 Grad, leichter Regen und natürlich ohne Wind. Das erste Autogramm, das ich mir geholt habe, war von… Sakukoigo. Das wertvollste Trikot, das ich bislang getauscht habe… Ich respektiere schon Manuel Neuer viel, also Manuel Neuer. Ein Muss in meinem Kühlschrank ist… Müsst ihr das fragen, ein bisschen. In der Eisdiele bestelle ich immer… Wenn sowas gibt es hier, keine Ahnung, Kindereis oder Cookies, so richtig mit Kekse. Mit Kindereis meinst du? Mit Kinderschokolade, richtig gut. Wenn die was haben, besonders Schokolade. Das häufigste Wort, das ich benutze, ist… Wahrscheinlich Scheiße. Auf Deutsch, ja, keine Ahnung, sonst in meiner eigenen Sprache, aber lassen wir die weg. Wenn ich kein Fußballprofi geworden wäre, dann… Busfahrer. Wenn ich die Wahl hätte, einen Fallschirmsprung zu machen oder einen Löwen zu streicheln, dann würde ich… Ein Löwen streicheln. Als kleiner Junge habe ich am liebsten… Alles Mögliche draußen gespielt. Meine größte Begabung, abgesehen vom Fußball, ist… Bier trinken. In meiner Playlist verstecken sich… Richtig geile, alte Klassiker. Ich würde gerne mal ein Bier trinken mit… Barack Obama. Richtig entspannen kann ich am besten… In der Sauna oder in der Heimat. Die Nummer eins sein. Ja, das bedeutet mir viel natürlich, dass man seiner Mannschaft helfen kann und auch das Spiel zu spielen dürfen, was man eigentlich von Kind als ganz jung angefangen hat. Als Torwart sollte man… Immer den Kopf cool behalten und die Mannschaft den Arsch ab und zu retten. Das coolste Konzert meines Lebens war definitiv… Coldplay in Frankfurt. In der Schule früher war ich… Faul. Meine letzte Aktion in der Kabine vor einem Spiel ist… Ein bisschen laut sein und dass die Mannschaft ein bisschen den letzten Push geben, wie jeder andere. Also dass einfach die Adrenalin dritter ist. Wenn ich fliegen könnte, würde ich… Ja, eine Weltreise machen natürlich, alleine, ohne Flugzeuge. Über Lukas Radetzky kann man ja sagen, was man will, aber… Der ist ein supercooler Typ. Halbsätze zu beenden ist definitiv besser als… Im Pokalfinale einen Patze zu machen. Hahahaha